Wir kommen jetzt zum A-Dur Klavierkonzert, Kirche Verzeichnis 414. Da wird der erste Satz gespielt von einer jungen Dame, die gerade elf Jahre alt ist. Jeva Georgian aus Russland. Sie hat hier letztes Jahr in der unteren Kategorie, in der ersten Kategorie des Wettbewerbs, auch den ersten Preis gewonnen, jetzt dieses Jahr in der höheren Kategorie auch den zweiten Preis gewonnen. Also schon hier das zweite Mal zu Gast. Wir sind sehr froh, dass sie hier vorgeschlagen wurde. Sie wird eben den ersten Satz aus dem A-Dur Klavierkonzert KV414 spielen können. Und danach, wenn wir nicht allzu eine Pause haben, dann werden wir den zweiten und den dritten Satz mit Herrn Prof. Babel-Gilioff hören, dann den zweiten und dritten Satz. Aber viel Spaß dabei. Vielen Dank. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020